Moin! Heute soll es um dieses vor einem schönen Teil von AliExpress gehen. Nämlich wird das ganze als DS1 verkauft und das läuft mit dem Kernel der Supercard DS1. Im Internet wird das ganze als Klon bezeichnet. Aber ich glaube eher, dass das alte Lagerbestände sind von irgendeinem Shop. Der hat jetzt vielleicht seinen Shop aufgelöst und deshalb hat er jetzt in das Lager durchgeschaut, hat dann noch die DS1s gefunden und verkauft die jetzt. Die werden leider auch schon so verkauft, ohne eine ordentliche Hülle und auch ohne Aufkleber. Aber ansonsten ist das alles oder wirkt das alles wie die relativ originale Hardware. Hier auch der Einschnitt, der ist legitim. Hier ist auch ein MicroSD-Karten-Slot mit Fehler drin. Das heißt, der fehlt dann so raus und man muss den reindrücken, um das ganze rauszuholen. Das ist auch so alles, wie es sein sollte. Die Kontakte sehen auch richtig aus und da ist halt auch eine Menge Hardware drin, die man normalerweise im Klon nicht direkt erwarten würde. Die Kontakte, die haben auch überall hier die Schlitze dazwischen, die Stege. Aber die könnten ein bisschen länger sein, die Kontakte selber. Also hier oben sind keine, da unten sind keine. Aber ansonsten würde ich sagen, ist die Qualität der Karte okay. Das fühlt sich jetzt nicht wie das allerwertigste Plastik an, aber es ist auch okay. Und wie gesagt, was die Kontakte angeht, sind hier die Stege immerhin da. Das ist ganz gut. Aber ich würde sagen, das war es auch schon hier mit dem Äußeren. Wenn du dir die Leiterplatte davon angucken möchtest, dann kann ich dir das schriftliche Review zum Nachlesen empfehlen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das pünktlich fertig ist, wenn das Video hier rauskommt. Aber das sollte dann spätestens ein paar Tage später nachgereicht werden. Und dann kann man sich eben da Bilder davon angucken. Und dann würde ich sagen, testen wir die einfach mal aus. Da sind wir auch schon wieder. Ich muss nur einen kleinen Schnitt setzen. Aber auf jeden Fall wird die Karte hier im Menü als Supercard-Firmware.nds angezeigt. Was ganz interessant ist, weil die auch automatisch startet. Das heißt, selbst wenn man das am DS Lite deaktiviert hat, wird sie trotzdem direkt gestartet. Und Karten, die sowas haben, die haben meistens keinen Extra-Header. Aber bei der Karte hier ist das der Fall. Und dann sind wir hier in dem Hauptmenü. Die fühlt sich insgesamt wie eine abgespeckte Supercard DS2 an. Es gibt hier das Startmenü. Da kann man ziemlich viele Einstellungen vornehmen. Man kann die Geschwindigkeit der SD-Karte wählen. Das heißt, wenn andere die Ladezeiten zu langsam sind und man eine schnelle SD-Karte hat, dann kann man das hier höher machen. Man kann zwischen einem Clean-Modus, der wohl einige Anti-Piracy-Features umgehen soll, und einen Patch-Modus wechseln. Man kann die Sprache einstellen. Die Helligkeit, das geht aber nur um DS Lite. Man kann den Speicher-Stat auswählen. Das heißt, wenn man Geschwister hat und die gleiche Konsole benutzen, dann kann man das hier umstellen, damit die nicht den eigenen Speicher-Stat überschreiben. Man kann das Theme ändern. Man kann den Hotkey ändern. Mehr dazu gleich. Und man kann hier für den GBA-Modus etwas auswählen. Die Karte läuft nur mit dem DS Lite. Das heißt, man kann die ohne eine Custom-Firmware oder ohne Soft-Mods nicht mit dem DSi oder 3DS verwenden. Und für den DS Lite, da habt ihr noch einen zweiten Slot. Da gibt es auch Karten, die in den zweiten Slot kommen, in den Gameboard-1-Slot für Gameboard-1-Spieler. Und da gibt es zwei unterschiedliche Arten von. Es gibt die Cartridges, die GBA-Spiele abspielen können. Das hier ist keine davon. Dann kann man hier den Link auswählen und dann kann man eben GBA-Spiele da direkt von starten. Oder in meinem Fall ist es eben eine Rumble-Karte. Da ist hier das Rumble-Logo drauf. Und die kann man als Rumble-Pack benutzen. Das ist aber ziemlich schwach. Das heißt, da merkt man nicht so viel von. Dann kann man eben nach rechts gehen. Da kann man die Speichergröße auswählen. Das würde ich aber normalerweise so lassen. Und man kann hier Cheats global aktivieren und deaktivieren. Der Dateibrowser ist ziemlich ähnlich wie auch bei der DS2. Es gibt hier eben diese Icons, wo man durchscrollen kann. Und mit Select kann man auf eine Textliste wechseln. Homebrew geht auch problemlos. Kann zum Beispiel mal Eurotunnel starten. Das hat glaube ich auf einigen Karten eigentlich Probleme. Aber hier geht es ganz gut. Ist auch eine ziemlich alte Homebrew. Und dann kann man hier quasi durch den Tunnel durchlaufen. Und malt dann gleichzeitig auf dem unteren Bildschirm ein Bild. Die Karte hat auch Soft Reset. Also man muss den DS nicht neu starten, wenn man aus dem Spiel rausgehen möchte. Bei Homebrew geht das aber nicht. Das heißt, da muss man den DS neu starten. Und da sieht man auch schon die Auto-Boot-Funktion. Ich habe die Power-Taste gedrückt. Das heißt, die müsste eigentlich ins DSi-Menü zurückkommen. Aber da die Automate startet, wurde das übersprungen. Andere Spiele, zum Beispiel DS-Craft, gehen natürlich auch. Genau. Damit kennen wir jetzt auch schon das Hauptmenü. Es gibt aber noch ein weiteres Menü, das dann nur für ROMs da ist. Das heißt, da können wir hier auf Games gehen. Dann ein Spiel auswählen. Die Y-Taste drücken. Und dann kommen wir zu Einstellungen, die hier für das Spiel spezifisch sind. Da kann man wieder den Speicherslot auswählen, jetzt für das Spiel selber. Man kann auch wieder die Speichergröße ändern. Man kann Cheats aktivieren und deaktivieren. Und man kann hier so ein Anti-Piracy einschalten oder ausschalten. In meinem Fall hat es aber bei den Standardeinstellungen immer ganz gut funktioniert. Dann kann man auf Y drücken. Hier könnte man jetzt Cheats auswählen. Da ich für das Spiel keine habe, geht das hier nicht. Aber man kann das Spiel auch starten. In meinem Fall hatte ich keinerlei Spiele gefunden, wo das Ganze nicht funktioniert. Und auch was Homebrew angeht, ist die Kompatibilität ziemlich gut. Also wenn man bei Homebrew besonders lange guckt oder so, dann findet man bestimmt was. Aber so das meiste, das sollte out of the box auf der Karte laufen. Und jetzt kann ich den Hotkey drücken aus dem Menü. Das ist standardmäßig L, R und die Starttaste. Und dann gelangt man hier ins Realtime-Menü. Das heißt, das Spiel läuft weiter. Da kann man auch zurückgehen. Und hier kann man dann eben ein paar Einstellungen ändern. Es gibt hier die Option, ein Lösungsbuch anzuzeigen. Das heißt, man kann ein Textdokument laden und dann zum Beispiel da reinschreiben, wie man bestimmte Rätsel lösen kann oder so. Man kann das Spiel speichern. Man kann das Spiel laden. Also man kann ein Realtime-Save erstellen. Das ist, wenn man zum Beispiel bei New Super Mario Bros, wenn man da spielt, da gibt es nur bestimmte Punkte, an denen man speichern kann. Und wenn man trotzdem mehr speichern möchte, dann kann man das zum Beispiel mit dieser Realtime-Funktion machen. Oder wenn man zum Beispiel vor einem Bots ist und den immer wieder nicht hinbekommt, aber der Speicherpunkt, der letzte, der ein bisschen weiter weg ist, dann kann man das eben damit umgehen. Man kann den Speicherstand laden. Man kann die Slow-Motion aktivieren. Das heißt, dann läuft das Spiel ein bisschen langsamer. Man kann die Helligkeit vom Bildschirm beim Design ändern. Cheats aktivieren und deaktivieren. Und auch zurück ins Hauptmenü gehen. Aber ich denke, das haben wir auch hier das Wichtigste von der Karte gesehen. Ich bin echt begeistert, was die Funktion angeht. Also die DS2 hat gar nicht so viel mehr, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt. Es gibt dann natürlich noch GBA-Emulationen und so. Das hat die hier nicht. Aber dafür kostet die halt aktuell auch nur irgendwie 5 Euro. Gut, mit Versand aus Europa 10 Euro, aber das ist alles noch bezahlbar, finde ich. Also grob. Und es ist halt einfach eine feature-reiche Karte, die leider nicht nativ auf dem DSi und 3DS läuft. Mit einer Custom-Firma geht es dann, aber da ist die ein bisschen eingeschränkt. Und auch ein TR-Boot ist mit der Karte nicht kompatibel. Aber in Sicht finde ich ein ganz gutes Angebot. Zumindest, wenn man dann eben mit den Einschränkungen leben kann. Was die Features angeht, ist die quasi top-notch und auch sogar besser als die R4 Gold 3DS Plus, die ich normalerweise empfehle. Das war's dann aber bis hierhin erstmal mit dem Video. Vielen Dank fürs zu sehen. Wenn du die PCB-Bilder angucken möchtest oder nochmal das Review und nachlesen möchtest, dann werde ich die schriftliche Version in der Videobeschreibung verlinken. Aber dann hoffentlich bis zum nächsten Video und tüdelü!